Okay, es geht weiter mit Kuno Trigger. Okay, die Aufstellung habe ich perfekt gemacht, weil die Aufstellung soll sich auch benutzen hier. Aber erstmal, ich will mal neue Sachen kaufen. Willkommen, was sie haben? Zahn, Rotblatt und Horn und Feder. Je drei von zwei verschiedenen bringen. Und ich Waffe oder Objekt geben. Was tun wir sie geben? Du nichts haben, also kein Handel. Ach komm. Ey, was willst du? Willst du mich verarschen? Wie kann da nichts für die... Ah, okay, ich muss in ein Jagdrevier oder was? Wieso kann ich da nichts kaufen, verdammte Scheiße? Äh, das ist da Wald, oder? Okay, ich muss in den Wald, um da hinzugehen. Mystische Berge. Okay, ich muss Feder und alles haben, um da irgendwas zu kaufen. So eine Scheiße. Wald. Okay, hier musste ich hin. Okay, dann gibt er ein Geständnis ab. Aber ich will ein neues Waffen haben, weil ich brauche die hier. Das stand auch. Ey, das ist heftig, verdammte Scheiße. Und so... Raketenrolle, so. Komm, stirb. Ach, Scheiße, ging mal Mikrofon geschlagen. Ja, hör auf, mir kannst du anzugreifen, verdammte Kacke. Und Disco-Fieber. Yay, yay. Was zur Hölle, willst du mich verarschen? Okay. Und so. Und so. Okay, ihre physischen Schäden sind auch gut. Robo ist auch gut. Ja, geht, ja, geht, ja, geht, ja. 168 Erfahrungspunkte, so. Doppelteck. Maxiklon erlernt. Maxiklon? Okay, Maxiklon gelernt. Dass wir nicht mal wissen, wie das aussieht. Maxiklon. Okay, komm. Komm, Mama Maxiklon. What the fuck? Geilo, 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 Geilo. 96 Erfahrungspunkte. Allein ein Schmatzer. Sie hat den Schmatzer erlernt hier. Warte, wie kommt Regen? Es soll, ich soll bei Regen ja durchkämpfen. Weil da ja neue Gegner kommen. Greif normal an. Komm, die stämme jetzt sehr schnell. Und so. Bist du tot? Ja, du bist tot. Jetzt kommt noch Robo. Und dann 13 Schaden. Und dann noch einer. Ich brauch die ganzen Mittel um... Ach, scheiß, ich brauch neue Waffen hier. Weil der Gegner, der hier... Also der Bossgegner ist ein harter Brocken. Rotblatt. Ich brauch viele... Ich brauch Monster, die fliegen können. Ach, fick dich ins Knie. Sprinter sind das. Raketenrolle. Guck mal, ob das irgendwas zieht. Ich hoffe mal, dass das irgendwie was abzieht. Und so. Und so. Ja, okay. Das ist gut bei denen hier. Und so. Dankeschön. Und jetzt war 92 Erfahrungspunkte. Ey, Horne halten. Sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Und was gibt's hier für uns? Hier muss doch irgendwas geben, was wir machen können. Hey, dass ich verstehe es nicht. Ich verstehe es im Ganzen gar nicht. Wie können wir im Regen dann hier angreifen? Wenn es regnet, kommen hier neue Monster, die wir auch angreifen müssen. Hä, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es im Ganzen gar nicht. Verdammt. 92 Erfahrungspunkte. Horne halten. Safe State. Und so. Jetzt greife ich einfach mal normal an. Und so. Und so, und so, und so. Ganz gut. 158. Scheiße. Das musste echt nicht sein bei diesen Viechern. Aber egal. Ich glaube, ich bin ein bisschen etwas... Ich glaube, ich bin ein bisschen overleveled, weil... Ich weiß nicht. Die Monster sterben hier sehr schnell bei mir. 159. Sehr, sehr gut. 84 Erfahrungspunkte. Ey, Rotblatt halten. Ich brauche auch noch Feder oder so. So. Und... Komm, ähm... Maxi-Klonen und so. So, ich bin jetzt hier das nur so wenig ab. Und das sieht man, macht man so viel Schaden. Vielleicht hilft mir auch diese Attacke beim Boss, wenn ich gegen ihn kämpfe. Okay, so haben wir... Wie viel habe ich eigentlich noch bis zum letzten Level ab? Level 16, 18, 19. Ich brauche neue Klamotten. Aber wie zum Teufel soll ich Feder bekommen? Da steht in der Komplettlösung, ich brauche irgendwas. Komm, hier rein. Hier so. Ja, ich will das trinken. Yeah. Räptiten stark. Tonicke halten. Hinterlassen Spuren, wenn Spuren folgen, versteckt finden. Achso. Räptiten schuppigen und haben kaltes Blut. Warte, nochmal. Was hat er gesagt? Hinterlassen Spuren, wenn Räten, Spuren folgen, versteckt finden. Okay. Wie, jetzt musstet ihr die jetzt jagen oder was? Räptiten gesehen, vom Treffpunkt gekommen. Süden gegangen, Wald. Okay. Waldlabyrinth unheimlich. Viele Monster, noch mehr Irrwägel. Scherp, vorsichtig. Was gucken... Okay. Hm, okay. Treffpunkt. Ich will irgendwas haben. Ich brauche Feder, verdammte Kacke. Gibt es hier irgendwas, was ich machen kann? Anscheinend nicht. Okay. Warte, sehen wir mal beim Chef nach. Ich hoffe, er verkauft jetzt etwas für mich. Willkommen, was wir haben. Zahn, Rotblatt, die drei von zwei verschillt bringen. Und ich habe eine Waffe, Objekt, eben. Rotblatt, sieben, Zahn. Achso, jetzt könnt ihr was machen, oder was? Was noch? Und das hier. Gegen Bogen, Weisheit tauschen. Ja. Weisheit erhalten. Noch mehr handeln? Ja. Ja, ja, ja. Und so. Und so. Gegen Bogen... Ich weiß gar nicht, was es jetzt mir bringt. Nein. Was habe ich jetzt erhalten von diesem kleinen Wichser? Objekte. Was ist diese Weisheit-Ding? Was ist das? Ey, wir haben Traumstein. Okay, aber das bringt uns nichts, weil wir nicht weiterkommen. Wo ist dieses Weisheit-Ding? Achso, das ist eine Waffe für jemanden. So. Nein. Aber erst mal ausrüsten bei ihm hier. Nein. Nein. Auch nicht. Warte, was würde denn stärken bei ihm? Okay. Und du? Komm, so. Nein. Okay, ich lasse es einfach mal. Aber wo zum Teufel kann ich Sachen kaufen? Ach, das drückt mich jetzt auf. Egal. Egal. Komm. Oder warte. Ich soll irgendwie jagen. Wartet. Okay, ich habe keinen Plan. Ich habe gar keinen Plan, wo ich jetzt hingehen soll. Okay, wir müssen irgendwie zu einem Jagdgebiet oder so. Ich weiß nicht, wo zum Teufel das ist, aber egal. Wir gehen mal hier ran. Noch offenbar, dass das das ist. Was das ist? Was bist du denn? Ist das das Jagdgebiet? Ich weiß nicht. Schmatzer. Gewitter. Ach so, das heilt dich. Ah, okay. Gewitter. Was zum Teufel? Das ist ein Gegner? Okay, physische Attacken sind hier viel effektiver. Du kleiner Affe. Hör auf. What the fuck? Attacke. Attacke. Was zum Teufel? Wie viel Erfahrungspunkte hat der denn? Oder, nein. Was war ein Erfahrungspunkt? Ich meine... Wie viel Leben hat der denn? Bist du weg? Komm, ich verbrügel euch jetzt. Ja, was macht ihr denn? Es sieht aus, ob ihr irgendwas rauskotzen würdet. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas spektakuläres, aber nein, das kommt nur mit 14 Schaden so an. 32, okay. Aber wie zum Teufel soll ich die besiegen? Oder wo zum Teufel ist das Jagdgebiet? 304, okay. 911 Erfahrungspunkte, 9 Tech-Punkte, Zahne halten. Wir müssen zum Jagdgebiet. Okay, also ist das hier das Jagdgebiet? Okay, wir gucken jetzt mal diese Gegend an. Gewitter. Fick dich doch ins Knie. Ähm, Laserwirbel. Das muss eigentlich funktionieren, weil das eine Waffe aus der Zukunft. Oder sind Reptilien in der Vergangenheit. Das muss bei denen eigentlich viel effektiver sein. Willst du mich verarschen? Okay, tot. Jetzt bist auch noch du tot. Willst du mich verarschen? Stirb. Oha, wie viel Angriffskraft hat sie denn? Feder halten. Okay, hier ist es das Jagdgebiet. Glaube ich jetzt mal. Wie kann man die Waffen dann holen? Eta halten. Okay, ich speichere mal. Und so. Und so. Verdammte Kacke. Hier muss ich echt... Wenn ich hier level, boah, das hebt... Also dieser Part ist bestimmt... Ich glaube, dieser Part ist nur ein Level-Part. Okay, hier Tor öffnen. Tonnetmedaillon. Ich greife diese Viecher mal an, weil... Es kann ja nicht schaden, die anzugreifen. Gewitter auf das hier. Attacke auf das hier. Ach, scheiße. Ich kann hier keine Magie. Okay, ich glaube... Wenn ich mit der Sache fertig bin, gehe ich dann wieder zu diesem komischen Viech da. Das sagt ja, dass er der größte Kämpfer ist. Und dann werde ich mal ihr das beibringen, was für ein Typ sie ist. Was für ein Typ ist sie denn? Das weiß ich gar nicht. Ach, komm, hör auf. Du wirst sowieso davor sterben. Bevor du das machen kannst. Der Schist. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Schade 18... Ja. Okay, was für ein Typ ist sie denn? Also, was für ein Typ ist sie denn? Sie ist noch kein Typ, oder was? Sie muss doch irgendwo die Magie herrschen können, oder nicht? Warte, kann ich auch nach rechts? Nein, ich kann auch nach... Nee, oder rechts? Okay. Ich hasse euch jetzt schon, ihr Viecher. Okay. Die Sponson, aber richtig schnell. Okay, komm her. Ähm. Drehschnitt. Und... Bams. Attacke. Egal, wirf deinen ekligen Stein auf mich. Das wird sowieso nichts zu viel bringen. Ja, du bist weg. Das ist gut. Du ekliger Bastard, Stein. Ja, sei wütend. Das ist deine Sache. So. Du machst Attacke auf das hier. Du machst mal... einen Kraftstrahl. Oder was? Einen Raketenpunch auf das hier. Den haben wir auch noch nicht gesehen, oder? Den Raketenpunch. Ja, haben wir noch nicht. Das weiß ich jetzt schon. Fick dich. Wie viel Schaden machst du? 13. Verdammt. Das ist Jagdgebiet. Hier muss ich aufpassen und sehr gut leveln. 119. 43 Erfahrungspunkte. Oha. Und erreicht nächste Stufe. Hier. Einer lernt Rollo... Rollo... Rollo Kick. To... Ach du Kacke. Ich lerne hier neue Attacken, aber richtig schnell. Ach du Kacke. Hier, wenn ich hier level... Das wird heftig für alle Charaktere, die ich habe. Warte mal. Ah, so. Verstehe. Ah, so kann ich leveln. Super. Warte, kann ich auch dieses Mädchen auswechseln? Nein. Okay. Merke ich mir. So kann man nicht wechseln. Okay, aber wie weit geht das Gebiet dann noch? Mesopanzer. Mesopanzer. Nein, falsche Region. Ja, das ist... Mesopanzer. Oha. Auf dich hier. Ja, das habe ich schon gelesen. Mesopanzer. Von wo kommst du eigentlich, Affe? Ich hätte da sowieso keiner auf die Party eingeladen, aber egal. So. So. Raketenpunch. Und bist du weg? Dankeschön. Verdammte Kacke, ich bin bald tot. Habe ich das gerade so gesehen? Tonic. Ja, ist klar, dass du auf mich jetzt angreifst. Beleber. So. Schmotzer auf ihn hier. Gib ihm Schmotzer. Hm. Dankeschön. Okay, hier sind wir alles wieder so schön zusammen und beisammen und komm. Auf diesem Part wird sowieso nichts Interessantes laufen, außer wie ihr seht, dass ich hier rumgebasht werde. Von Gegnern, die ich dachte, die ich locker besiegen kann. Ach du heilige Kacke. Das wird heftig. Das wird eine heftige Scheiße. Das weiß ich jetzt schon. Ja, ist klar. Ist klar. Rollo-Kick. Du machst mal... Nein, du machst mal Gewitter auf die hier. Was ist ein Rollo-Kick? Das will ich mal wissen. Das war ein Rollo-Kick. Und Robo greift mal die normal an. Und ich hab da irgendwas anderes gelernt. Irgendwie Drill irgendwas. Okay, du bist weg. Okay, er wollte gerade unseren Kumpel schnappen. Oha. Okay. Kann man dann solche... Okay. Speichern. Ich hab irgendein ungutes Gefühl, was jetzt kommen wird. Okay. Okay. Da ist doch was im Himmel. Hallo. Ich will das haben da oben. Oder kann man doch nicht. Okay, das hab ich jetzt umsonst gemacht. Warte, ich hab da eine Idee. Nein, du kommst mal für ihn hier rein. Weil du kriegst jetzt die neue Waffe. Ähm. So, so. Weisheit. Ja. Das wollte ich noch kurz machen. Robo kommt wieder rein dann. Okay. Ich brauch die besten Waffen. Also ich muss dann weiter hier rumkämpfen. Ich brauch die ganzen Items hier. Dass ich dann hier rumkämpfen kann. Warte. Drillkick. Raketenpunch. Was ist das denn? Oha. Mädchen, du gefällst mir immer mehr. Immer mehr. Gut so. Gut so, Mädchen. Immer schön Popo wackelt. Ach, das Mädchen gefällt mir immer mehr. Peter halten. Okay, ich brauch genügend Items, um dann Waffen für jeden zu kaufen, oder wie? Warte, für das Mädchen brauch ich nicht mehr. Ich brauch jetzt nur für Krono, den Robotern, äh, und Luca jetzt. Okay. Ach, ich kämpfe einfach. Kann ja in den Schaden, wegen den Erfahrungspunkten her. Was willst du? Wie kommst du so nah bei mir? Okay. Ach, komm, hör auf. So. Und so. Bist du weg? Ja, du bist weg. Oha, das Mädchen macht so einen geilen Schaden. Das gefällt mir so sehr. Das macht mich heiß. Mh. Und so, und so, und so. Und, gib ihm den letzten Schlag. Dankeschön. Jetzt warte, bis alles voller hat. Und dann Angriff, Angriff, Angriff auf den Stein hier. Ja, kannst du dann vorbereiten für den Vulkan. Scheiß, aber es wird mir sowieso nichts bringen. Ich bin auch bald tot, verdammt. Hab ich gerade auch so gemerkt. Zahne halten. Okay, ich muss dann mich heilen. Heilen, 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 heilen. Tech. Kraftstrahl. So. Und Objekte, Eta. Auf den hier. Den geilen Typen. Den, 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 den. Den, 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 den. Okay. Jetzt muss ich hier weiter. Und dann treffe ich auf die Viecher hier. Egal, komm. Irgendwie fehlt ein Stein, aber egal. Die Viecher, diese Viecher reichen sowieso auch schon. Ähm. Maxi-Klon. Ach komm, Raketen-Punch auf den hier. Und Bäm. Okay, das ist gut bei dem. 164. Und weg mit dir, oder? Ja, sehr, sehr gut. 246. Robo-Lern-Robo-Angriff. Dreh-Kick. Okay, das ist heftig. Heftige Sache. Ich lerne jetzt immer neue Attacken. Die ich bestimmt irgendwie mal, irgendwann mal lernen sollte. Aber jetzt auf einmal lerne. Okay, ich mach mal den Robo-Angriff, den ich jetzt mal gelernt habe. Und... Dreh-Kick. So. Angriff. Achso, das mit... Ah. Scheiße, ich glaube, ich habe Gäste bekommen. Warte. Okay, es geht weiter. Und ich wurde wieder gestört, wie immer. Und ja, es geht einfach mal weiter. Ich habe den Monster-Camp immer schnell beendet. Weil ich wollte euch nicht das zeigen und... Fahrt zur Hölle. Egal, komm. Ich mach einfach mal so. Wir müssen hier extra nicht Magie dafür verschwenden. Ja, das Monster ist schon weg. Robo, gib ihm mal den letzten Schlag. Robo, ich habe auf dich verlassen, aber du enttäuscht mich wieder. Was ist los? Oha. Das war ein Hammerschaden von Robo. Okay. Oha. Ich lande... Ich kriege ja immer weiter Level-ups hier. Das ist heftig. Okay. Ich mach erst mal das hier, dann das hier. Du machst dann... Nichts. So war es einfach ab. Du Wichser. Ach, du Kacke. Ich mach einfach mal so. Hab ich das eingestellt, dass er so angreift? Verdammt, ich habe nicht mehr aufgepasst. Und so. Diese Steine greifen sowieso nicht an, deswegen war ich einfach ab und dann so und so und so. Und... Ja, fick dich doch, Schist. Schist, du bist. Komm, weiter. Bäm. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ach, du Scheiße. Das ist heftig, weil sie ist jetzt auf Level 20 wie ich. Okay. Ich kann jetzt neue Sachen kaufen gehen, aber erst gehe ich mich mal heilen. Und ich muss sowieso drei Sachen kaufen für Luca und die anderen. Und hier war das da. Ja. Dankeschön. Und in der Komplettlösung steht irgendwas von einem Nu. Was ist ein Nu? Ich kenn kein Nus. Und so. Und komm. Ja, ich weiß. Wie, hier hab ich kein Horn, nur das hier. So. Wie, okay. Okay. Wie machen wir das? Safe steht hier zur Sicherheit. Und dann das hier. Zahlen. Und das hier. Rubin, wirst du tauschen. Yep. Noch mehr Handel? Ja. Okay. Wie, ich hab nichts. Ja, okay. Hab ich. Ach, fick dich doch ins Knie. Jetzt bin ich komplett verarschen. Yeah. Okay. Man muss das also... Um hier ungeschadet durchzukommen, braucht man eine Rubinweste. Die hilft auch richtig, wie ihr seht. Die Rubinweste. Deswegen rate ich euch, diese zu kaufen. Okay. Ich muss da ein ganzes Jahr rumkämpfen. Ich weiß nicht, ob ich den Part jetzt beenden soll, weil ich wusste nicht, dass ich jetzt ganzes Jahr rumkämpfen muss hier. Das ist nervenaufreibend. Aber auch ein bisschen nach einerseits ist es auch gut, das zum Leveln. Verdammte Kacke. Das ist eine verdammte Schüssel mit Küssel. Da ist der Part ein bisschen kürzer als der andere. Ach, egal. Das ist nur das Beste. Ich level jetzt mal. Und wir sind ins nächsten Part. Dann habe ich die ganzen Sachen... Oder dann zeige ich euch, wie ich die ganzen Sachen dann hole. Tschüss. Dann habe ich die ganzen Sachen.